Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Wir müssen uns jetzt mal wirklich hier Style & Composition Transfer angucken. Das habe ich bisher auf dem Kanal hier noch nicht gemacht und das war auch gar nicht so verkehrt, weil es tut sich nach wie vor in diesem Bereich noch sehr viel und deswegen möchte ich dieses Video auch mal mit einem sinngemäßen Zitat von Matteo, dem Entwickler der IP Adapter Notes, anfangen. Der hat nämlich gesagt, wir konzentrieren uns so stark darauf, die neuen Techniken zu entwickeln, zu ausprobieren, ohne die alten überhaupt richtig verstanden zu haben. Und aus diesem Konzept ist auch der Style & Composition Transfer entstanden. Und was es macht, das ist im Prinzip, es ermöglicht uns nur den Stil oder die Komposition eines Bildes auf unser Bild zu übertragen. Und mit Komposition ist jetzt nicht, ja, dieses Image-to-Image-mäßige gedacht, sondern wirklich so, ja, grobe Komposition. Also nicht eine Kopie des Bildes erstellen, sondern ein neues Bild, was ähnlich aufgebaut ist wie das alte. So, das wird aber gleich, glaube ich, ein bisschen klarer, wenn wir es dann mal an Beispielen sehen. Wir fangen einfach mal an. So, ich habe ja einen Basic Workflow geladen, einfach hier unten Load to Default, meine Save-Image-Node, damit ich es in den Folder packen kann, den richtigen Assembler-Einstellungen seht ihr hier. Könnt ihr gerne übernehmen. Ein sehr simples Prompt habe ich genommen, und zwar nur Cat und dann noch Detailed Intricate Sharp Focus und ein paar Negatives. Empty Latent Image ist auf 1024x1024 gesetzt, weil wir im SDXL-Bereich hier unterwegs sind. Und als Model habe ich Fenris XL genommen, einfach weil ich gemerkt habe, es ist ziemlich gut mit Katzen. So, und das passt jetzt zu unserem Prompt. Okay, wir starten das ganze Ding einmal, damit der Checkpoint geladen werden kann, und in der Zeit fange ich auch schon mal an. Was wir nämlich brauchen, ist ein IP Adapter Advanced. So, den werden wir brauchen, um anzufangen. Was wir auch noch brauchen, ist ein Unified Loader. Hier nehme ich mir das Plus-Model mit High Strength raus, verbinde das Model schon mal in den Loader und von hier aus in den IPA und von da dann hoch in den Sampler. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein Referenz-Bild, nehmen wir eine Load Image-Node und zum Anfang nehme ich mal dieses Bild von Indiana Jones. So, das kennen wir, wir wissen, was passiert aus den vorherigen Videos zum IP Adapter. Was jetzt allerdings relativ neu ist, sind hier verschiedene Weight Types noch dazu. Wir haben hier einmal den Style Transfer, die Composition, Strong Style Transfer, Style & Composition und Style Transfer Precise. Der ist relativ neu. Danach kamen noch ein paar Weiterentwicklungen, aber wir gehen einfach in diesem Video mal alle Möglichkeiten durch. Gucken wir uns mal den Style Transfer an. So, ich drücke mal Start und wir lassen das ganze Bild jetzt noch mal rendern. Das ist sozusagen unser Referenz-Bild hier. Das kann ich auch mal einen Ticken größer ziehen, damit wir das hier besser sehen. Das ist ganz gut mit Katzen, Fenris. So, das Denoising geht los. Und wir sehen, dass sich der Stil unseres Indiana Jones Bildes schon sehr schön auf unser Katzenbild übertragen hat. Und wir auch generell ein anders stilisiertes Bild erhalten. Es ist so dieser Old-Egypt-Style hier so ein bisschen, der da durchschlägt. Das ist der normale Style Transfer. Wie das Ganze funktioniert, grob gesagt. Ich empfehle dazu, schaut euch auch mal Matthäus Videos an. Er hat da ein bisschen mehr ins Detail gehen können. Stable Diffusion besteht im Prinzip aus zwölf Layern. Und jeder Layer ist dabei für eine andere Funktionalität zuständig. Und Matteo ist es gelungen, die Layer zu extrahieren und herauszufinden, welcher Layer einerseits für den Stil eines Bildes zuständig ist und der andere Layer für die Composition. Und zwar ist der Stil der Layer 6 und die Composition ist der Layer 3. Und das machen wir uns hier zunutze, um nicht die komplette Bildbeschreibung, sondern nur die stilistische Beschreibung eines Bildes übertragen zu können. So, das ist der Style Transfer. Composition kommen wir gleich zu. Wir haben noch den Strong Style Transfer. Der ist halt stärker als der normale Style Transfer. Wir sehen hier aber auch, dass nicht nur die Farben und der Stil des Bildes übertragen wird, sondern auch noch andere Beschreibungen. Wir haben nach wie vor unsere Katze, aber dennoch gemischt mit Indie und hier unten diesen Einzelpersonen, die hier noch abgebildet sind. Das kommt hier auch raus. Wenn ihr sowas umgehen wollt, dann können wir entweder hier ein bisschen mit der Weight runtergehen. Hier seht, wir haben zwar immer noch eine humanoide Katze, aber mehr Katze als Mensch jetzt erhalten. Oder eine weitere Variante ist natürlich das Timestepping, dass wir sagen, Model bis 20% gehört, dass die Neu sind komplett dir. Und danach mischt unser IP-Adapter mit von 20% bis 100% dann. Hier entsteht die Katze, jetzt haut der IP-Adapter rein und jetzt wird der Stil. Übertragen für die restlichen Schritte des Denoisings. Und auch so können wir dann eine deutlich andere Darstellung erreichen, als wie wenn wir jetzt Weight 1 haben, ein reduziertes Weight oder hier das Timestepping benutzen. So, wir gehen hier nochmal runter. Wir haben nämlich noch den Style Transfer Precise und der ist relativ neu. Und macht im Prinzip auch dasselbe, aber am schönsten. Wobei die Nodes, die ich euch gleich noch zeigen werde, da glaube ich noch schönere Ergebnisse liefern. Aber wir gehen hier alle Möglichkeiten einmal durch. So, das ist das Ergebnis mit dem Style Transfer Precise. Auch sehr schön umgesetzt, wie ich finde. Sehr gut gemacht. Einmal kurz als Beispiel daneben. Wir können einmal hier Van Gogh wählen. Das lasse ich einmal durchlaufen. So, jetzt haben wir eine Katze im Van Gogh-Stil. Kann man ganz gut sehen, glaube ich. Die Composition. Wir können nochmal, ich nehme mal einmal hier oben die Mona Lisa. So. Und wir nehmen jetzt mal Style & Composition. Was Style & Composition nämlich macht ist, es spricht beide Layer an. Also, wie ich eben sagte, Layer 3 für die Composition und Layer 6 für den Stil. In dem Fall werden beide angesprochen. Das heißt, der IP-Adapter guckt sich jetzt die Komposition dieses Bildes an, was eine Frau mit verschränkten Armen sitzend vor was auch immer ist. Und gleichzeitig aber auch für den Stil-Layer, dass es sich um ein Gemälde handelt, die Beschreibung der Farben, etc. Und herauskommt so etwas. Wenn wir das Ganze jetzt mischen wollen, dann können wir das auch machen. Und zwar, indem wir zwei IP-Adapter benutzen. Wir chainen die Models. Wir nehmen denselben IP-Adapter von da. Wir ziehen das Model hoch in den Sampler. Nehmen eine zweite Load-Image-Node. Und nehmen hier mal Van Gogh. Hängen die hier rein. So. Und sagen hier unten, das soll unser Style werden. Und das hier oben soll unsere Composition werden. Und wenn ich das jetzt mal laufen lasse, dann sehen wir, dass wir eine ziemlich gute Mischung erhalten haben. Einerseits aus unserem Prompt, A Cat. Dann aus der Komposition des Bildes der Mona Lisa. Und des Stiles von Van Gogh. Vielleicht noch wichtig hier zu wissen ist, der IPA nimmt sich gecroppt aus der Mitte ein Center Square. Das heißt, wenn ihr den Fokus des IPAs verlagern wollt, könnt ihr nach wie vor noch die Prep-Image-For-Clip-Vision-Note nehmen und dann sagen, ob ihr hier zum Beispiel Top, Bottom, Center, Left, Right oder was auch immer von dem Image als Referenz benutzen wollt. Jetzt für die Beispiele hier reicht es so. Allerdings, ihr habt doch dann eine Warnung in der Konsole, wenn der IPA ein nicht gecropptes Square-Bild erkennt, dann nimmt er automatisch die Mitte des Bildes. So, jetzt haben wir hier zwei IPAs. Die können wir mal wegschmeißen. Es gibt nämlich noch andere Varianten. Und zwar, wir können den IP-Adapter Style & Composition SDXL verwenden. So, ich hänge das mal eben hier rum. Und hier sehen wir schon, wir haben hier einmal Image-Style & Image-Composition. Also das ist eine bequemere Art und Weise, das Konstrukt von gerade noch zu verwenden. Das heißt, wir können hier unten wieder den Style reinhängen. Wir können von hier oben die Composition reinhängen. Da wir jetzt den IPA sowieso gewechselt haben, nehme ich mir noch eine IP-Adapter Noise hinzu. So, ich kann mal ein bisschen kleiner machen. Setze ich auf Shuffle 0,8% und 3er Blur. Nehmen wir als Negative Image. Müsste er nicht machen, könnte aber machen. Bedeutet jetzt im Prinzip, wir schicken ein leicht verwaschenes Rauschen als Negativ-Beispiel rein. Und dadurch erkennt der IPA bzw. das Unit später auch beim Denoisen. Ah, verwaschene Dinge sind nicht erwünscht. Und deswegen versucht er auch dann gleichzeitig schärfer zu rendern. So, ich lasse es mal laufen. Und auch hier sehen wir, dass wir ein sehr ähnliches Bild erhalten. Hier können wir dann noch die Gewichtung für den Style und für die Composition getrennt voneinander anpassen. Wir können noch einmal Expand Style wählen. Dadurch wird das Übertragen des Stiles ein bisschen verstärkt. So, aber es hat auch natürlich Einfluss auf unsere Bildgenerierung. Also das ist im Prinzip das Konstrukt, was man nehmen kann, wenn man nicht mit zwei IPAs arbeiten möchte. Weg damit. Wir haben nämlich noch eine Möglichkeit. Und die ist ziemlich brandneu. Es gibt nämlich jetzt auch den IP Adapter Precise Style Transfer. Und auch hier hängen wir mal wieder alles um. So. Das ist ein Negativ. Und jetzt können wir uns wieder einen Stil auswählen. Der Abwechslung halbhalber nehmen wir mal wieder Indie. Wir nehmen diesen Stil als Image hier oben rein. Und Weight. 0,7 bis 1 ist ganz okay. Style Boost kann ein bisschen höher sein. So 1,5 bis 3. Ich gehe mal hier auf 2 hoch. Und jetzt können wir uns mal den Precise Style Transfer angucken. Und auch das funktioniert halt richtig, richtig gut. Und ich finde die Bilder, die diese Note erzeugt, noch einen Ticken besser als die anderen. Nehmen wir mal den Mona Lisa Style. So. Auch hier kriegen wir sehr schöne Bilder angehaucht mit dem Stil da hinten. Also mit dem Gemäldestil. Ja. Wir sind noch nicht am Ende, Leute. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar. Jetzt wird es richtig verrückt. Und das sagt auch schon der Name dieser Note. Das ist nämlich der Mad Scientist. IP Adapter Mad Scientist schimpft sich dieses Ding. Und hiermit können wir selber Einfluss auf die Generierung. der Layer nehmen. 12 Layer in einem Unit direkt ansprechen können. Und für den Style Transfer wäre das ein Setting. Das sieht so aus. 3 Doppelpunkt, 2.5, 6 Doppelpunkt, 1. Und wir nehmen hier oben den Style Transfer Precise. Was wir jetzt hier mit dem Mad Scientist machen, das ist im Falle vom Style Transfer Precise ein bisschen gehackt. Weil, ich sagte ja, wir können pro Layer die einzelnen Stärken beeinflussen mit dieser Note. Wenn man Style Transfer Precise hier wählt, dann ist das nicht die Stärke des Layers an sich, beziehungsweise nicht die Stärke des Conditionings, sondern des Unconditionings. Das heißt, wir sagen dem Composition Layer, oder wir geben dem Composition Layer ein stärkeres Unconditioning an der Stelle. Mit einem Wert von 2,5, einer Gewichtung von 2,5. Während der Style Layer bei einer Gewichtung von 1 bleibt. Und das macht diese Note. Wenn ich das jetzt einmal laufen lasse, dann sehen wir, dass wir ziemlich coole Ergebnisse kriegen, indem wir die Layer direkt ansprechen. Zum Vergleich nehmen wir nochmal diesen Stil als Vergleich. Und dann sieht unsere Katze jetzt so aus. Damit das Handling mit dieser Textbox hier unten ein bisschen besser vonstatten geht, habe ich mal für mich selber zum Testen eine Note geschrieben. Die findet ihr allerdings auch jetzt in meiner Note Collection. Und in Youngs ist unten verlinkt. Die nennt sich Layer Weights. Layer Weights for EPUMS, also IP Adapter Mad Scientist. Die können wir da einfach reinhängen. Und im Prinzip wäre das gleiche Setting jetzt, wenn wir hier sagen 2,5 und hier 1. Dann hätten wir das gleiche Setting wie vorher wieder hergestellt. Wir können aber auch jetzt noch andere Dinge machen, die etwas verrückter werden. Ich kopiere mal einen Mad Scientist runter. Wir connecten das Model einmal in eine Art Chain. Hänge den IP Adapter hier rein. Wir nehmen das Negative auch hier rein. Bilder gucken wir uns gleich an. Wir brauchen aber noch eine zweite Note hiervon. Hängen die einmal hier rein. Und was wir jetzt nämlich machen können, ist, wir setzen beide auf Linear. So. Wir setzen hier oben erstmal alle Layer auf 1. Ich mache das eben. So. Und hier unten alle auf 0. Wir können jetzt allerdings hingehen und zum Beispiel sagen, wir möchten hier oben einmal unsere Mona Lisa haben. So. Obwohl ich kann die auch mal crop nehmen hier. Und das wird unser Referenzbild für den oberen IP Adapter. Und hier lassen wir mal Indie und sagen, das ist der zweite. Was wir jetzt nämlich als Unterschied haben, ist, dass wir nicht nur die Layer 3 und 6 ansprechen, sondern dadurch, dass es linear ist, sprechen wir alle Layer an, die der IP Adapter auch sonst ansprechen würde. Alles auf 1 gestellt, das wäre ein normales IP Adapter Verhalten, also Bild raus und rausschicken. Was wir jetzt hier aber machen können, ist, wir können sagen, nimm alle Layer von diesem Bild außer Layer 6, der für den Stil zuständig ist. Und hier unten, nimm keinen Layer auch außer Layer 6. Ups. So. Und dadurch, wenn ich das jetzt laufen lasse, übertreiben, äh, übertreiben, übertragen wir mit einer linearen Einstellung dieses Bild, unser Einstiegsbild, über den IPA ins Unit, aber nehmen aus diesem Bild nur den Stil. Ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen schwierig zu handhaben. Und das liegt zum Beispiel daran, dass man hier vielleicht ein bisschen die Weights anpassen muss. Wir sind jetzt halt sehr granular hier unterwegs. Aber theoretisch könnten wir auch sagen, nimm alles hier von außer Layer 3 und 6, nimm von diesem Bild nur den Stil aka Layer 6 und wir hängen noch ein drittes Bild mit einem dritten Mad Scientist da drunter und sagen, aber aus dem möchte ich gerne die Composition haben. Das geht alles damit. Da, ähm, das ist aber so eine Sache, da muss man sich erst reinfuchsen. Und, ähm, das Ganze, ja, durch Testen und Ausprobieren herausfinden, welcher Layer ist für was zuständig. Matteo hat dafür auch eine, äh, Section aufgemacht. Den Link kann ich euch auch natürlich in die Beschreibung packen. Wo die Community schon, ähm, Informationen versucht zusammenzutragen, welcher Layer für was zuständig ist. Ich hab da auch mal vorbeifliegen sehen. Layer, die vielleicht mehr für Emotionen zuständig sind, die man verstärken kann. Oder solche Geschichten. Und, ähm, deswegen, ähm, hab ich diese Note auch gemacht, damit es uns allen ein bisschen leichter fällt, hier vielleicht, anstatt in der Textbox zu tippen, ja, Gewichtungen pro Layer einzuschalten. Ja, das war's soweit. Also, es ist nicht schwer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu machen. Probiert es einfach selber aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumspielen und Rum-Experimentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und Tschüss!